hallo meine lieben mit zocker mit zockerinnen und herzlich willkommen zur nächsten folge minecraft aquariums a.k.a. skysolated mit dem guten kinsy was geht, alles klar, alles klar, alles klar, oh da kann man runterfallen join join join, we logging in block block hatte ich nicht irgendwo einen durchgang, hatte ich nicht irgendwo eine treppe gebaut naja hier waren wir, genau, hier waren wir, okay so eigentlich hatte ich vor gehabt hier magma energie dings dazu machen aber ich mache jetzt doch wieder steam dynamo, weil ich alles schon habe ja so, den harvester und den planter du it, du it, du it und ja, der notoka wollte mir auf den sack gehen, habe ich gehört ja, 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 ich hoffe das ist okay für dich, sonst mach es natürlich nicht ich kann ja geiseln nehmen, wenn du mir auf den sack gehst, wo ist das eisen was ist denn hier los, alles voll mit kreppern also mit kreppern, ne, kreppern 28 eisen hast bam was tust du spreng den luft ab, mach ich mache hier ein bisschen insane action ja, ich laufe hier nur sinnlos hin und her, ich weiß gerade nicht, was brauche ich denn alles brauchst du die energiegrad, die da dran ist, oder kann ich den steam dynamo wegnehmen welche energie, im moment, hier wird gar keine energie weg geholt ich brauche aber den steam dynamo alter, achso, von deinem harvester ja, ja klar, hol mit alles klar der ist glaube ich nur außerdem noch für den clashiel gedöns boomstar aha oh relativ unwichtig momentan so und weg damit so grüßen wir erstmal freundlich unsere mitspieler hallo mitspieler grüß auch von mir, also gruß von mir ja genau bin ich deine tipps oder was ein bisschen nicht ey, alter so autonomes activator brauche ich ein paar weißt du, was viel besser ist als dich zu schlagen dein scheiß inventar voll zu müllen na, dann mach du ah du penner ach man, du verdürfst ja nicht im spaß oh man gleich eine frage, was kommt denn jetzt oh, ich habe kein futter mehr ich packe es einfach hier in die kiste komm, weg weg ist es weg na rum na rum na rum na rum wie geht es dann rum äh, so gut I'm so hungry hungry, hungry, hungry okay, okay, okay das habe ich da ja auch schon stehen wo ist denn der ach scheiße, den konnte ich nicht einsammeln keinen platz gehabt äh in war äh wenn ich vier autonomes activator machen will brauche ich acht in war so, okay gut außerdem acht marils und acht diamanten hier ist alles weg gut gut, dass mir das äh Rezept jetzt so frisch im Gedächtnis ist ups, das waren 15 so viel wollte ich da gar nicht weil die Schneckball das ja ja die hat sich ja ein bisschen damit aufgehalten das Ding zu craften deswegen weiß ich das jetzt ziemlich gut das Rezept danke an dieser Stelle ja du sag mal Eimer kann man auch aus Aluminium machen du bist ein Eimer ja kann man sehr gut dann mache ich mal direkt ein bisschen Aluminium ich geh direkt mal schauen ob unser da 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 ob hier noch Cobblestone drin ist ja ist noch gut sehr gute sehr gute sehr gute und wir weiter geht's ok was brauche ich noch Eisen habe ich hol oh Eisen habe ich zu wenig verdammt dann nehme ich Alu das kommt mir irgendwie bekannt vor der Satz ich habe zu wenig Eisen das habe ich glaube ich die letzten drei Folgen andauernd gehört Alu haben wir auch gar nicht mal so viel ähm ich bin gerade dabei ah warum weil ich Eimer brauche Eimer kannst du nicht aus Alu machen habe ich dich nicht gerade gefragt und du hast gesagt man kann Eimer aus Alu machen keine Ahnung habe ich denen zugehört ich versuche es jetzt aber einfach mal ich meine nämlich schon mach wenigstens alles weg ach komm ich habe noch 48 Auflager doch ich habe einen guck doch einfach ob du den Eimer aus Alu machen kannst stimmt ein bouquet na doch man kann ein 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 bouquet aus Alu machen sehr gut dann mach weiter ich wusste es doch ich wusste es doch aber ich mach nicht nach ne komm ey alles an Alu machen es ist voll lame nee warum Alu ist super in Folie wir haben ja da packe ich immer meine wir haben hier noch wir haben hier noch relativ viel Eisen zwei Blöcke die gieße ich mal noch schnell aus na komm schon komm schon komm schon komm schon komm 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 hat das rum gemacht haben wir sonst noch hier drin nur kacke kein platz mehr na 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 danke ok so wie wie lang dauert es noch mit dem Alu ach so geht läuft was war das für ein Geräusch das ist auch gehört die den Hammer ersetzt es ist scheiße mit nur einem Inventarplatz Pulverizer mein 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 das ist definitiv der Pulverizer dann brauche ich vier Chests was brauche ich denn dann noch Servus brauche ich dafür brauche ich Glas Glas habe ich auch nicht mehr viele hier naja ist ja nicht so als hätte ich ihr das erst unter die letzte oder vorletzte Folge drunter geschrieben jetzt wirst du aber gehässig ich habe noch ganz viel Gold bei mir merke ich gerade Sand wo haben wir noch Sand ey wir haben noch 19 Sand obwohl du hast doch bestimmt auch noch ganz viel äh ne glas oder glas ne 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 eigentlich ne ich hab gedacht ich guck mal in meiner Dreckkiste ne ich guck mal unten in der Glaskiste ach du bist unten oder was ne bist du nicht ne ne ich bin beim Furnace ich brauche grad ein bisschen Glas wie viel brauch ich denn überhaupt ich brauche ja nur das Brust hier Steam Dynamo ist also brauche ich 8 Glas ok und ich hab 8 Glas so jetzt ist der bestimmt fertig und Redstone auch 8 zack brauche ich noch für ein Steam Dynamo Glas Redstone nein für ein Servo Mann was braucht die Schmelze heute lang ey meine Fresse was ist eigentlich mit der mit der mit der Stahlschmelze die funktioniert jetzt soweit oder das ich geh mal um ja wenn wir Stahl brauchen ja aber die muss halt erstmal vorgeheizt werden mhm und das dauert halt ein bisschen mhm ok ich bin da überhaupt das ist ganz falsch bin ich doof 1,3,4 zack sagt nix Kinsey ne 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 alles gut alles gut ich hör dir doch eh nie zu ach ja da war das Cobalt ok mhm Entschuldigung schon bist du schon fertig mit mit Alu Herstellung ich bräuchte ein bisschen was ja wie viel denn ähm 8 ok dann muss ich noch einen Block gießen nana 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 n Sie sind zu lang. Bitch! Wir haben sie Hoes! Wir haben sie Hoes! So, vier Servus. Ach ja, da fällt mir ein, du musst ja das Feld neu bestellen, wo du gerade von Ho redest. Okay. Oh, was ist hier denn los? Pistons brauche ich auch noch. Ich brauche noch mehr Alu. Und zwar... Du kannst gerade mal raten, wie viele Enderlinys auf Mage gewechselt sind. Oh, sehr schön. Ähm... Fünf. Jetzt übertreibst du, es sind drei. Verdammt. Ähm... Pisten, da brauche ich eins jeweils. Da brauche ich noch vier... Ich brauche noch vier Alu. Hast du noch was? Hast du noch was? Hol dir was aus der Schmelze. Hol dir meine zwei Schmelze. Ich bring dir immer alles direkt an den Mann und du... Das war nicht das Problem. Es ist sogar näher dran als ich. War es zumindest eben. Ähm... Ähm, 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 ähm... Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm... Denk dran, bevor du neues Zeug schmilzt, egal was, hol das Alu raus, sonst verbindet sich das wieder. Hm? Mhm. Okay. Dann haben wir ganz viel Elektrum. Nein, Elektrum macht man aus Gold und Silber. Ja, was weiß ich... Ähm... Pseudolikum. Genau, ja. Richtig, das macht man aus Aluminium. Pseudolikum. Ähm... Gut, ich hab... Ich hab's doch jetzt... Ich kann doch jetzt... Ich kann jetzt, ähm, ja... Cobblestone brauch ich. Haben wir denn noch Cobblestone? Ah... Ah... Ich hab grad, glaub ich, den letzten Stack geholt. Ah, Mist. Ah, das dauert immer so lange, wenn man was fertig hat, ey. Ah... 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 Oh, Mann. Neckball oder Brainy, die Folge sehen, denken sie wahrscheinlich auch. Oh, ihr Wichser. Oh... Maybe. So, eins, zwei, drei, vier. Äh... Hallo. Eins, zwei, drei, vier. Kommt das hin. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Und dann machen wir noch die vier dazu. Bam. Okay. Autonomous Activator. Hab ich ja jetzt alles. Vier Stück. Bam. So. Ausgezeichnet. Wunderbar. Ah... Dann, äh... Ich bin begeistert. Bauen wir doch mal hier jetzt... Gucken, warum ich den jetzt so hierhin gepflanzt krieg. Äh... Das ist... Falschrum. Äh... Du sag mal, brauchst du noch Glas? Naja. Mh... Nö, aber es ist im Dings noch was drin. Im... Ne, ich hab... Ich hab mein Glas wieder gefunden. Furnace. Ich hab noch mein Glas. Oh, nö, nö, danke. Alles gut. Ah, okay. Zack. Und drehen wir den Autonomous Activator richtig rum. Sag mal, seh ich das richtig? Verdammt nochmal. Achso. Oh, wir brauchen noch ein Sieb. Oh, wie geht denn nochmal ein Sieb? Ich hab ja ewig kein Sieb mehr hergestellt. Sie... Da. Silk Mesh. Okay, Approach. Also 18 Strings. Hehe. Ich zieh jetzt 18 Strings an. Das könnte ein bisschen eng werden. Ach, Quatsch. Okay. Was machen wir eigentlich mit den vier Stacks, ähm, 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 Dreck, der da in der Kiste ist? Pfff. Mach, was du willst mit dem Dreck. Aber keine unanständigen Sachen. Geil. Oh, Mann. Hahaha. Das war doch wieder klar. Mensch. Ach, nichts. Zip, zip. So, dann kommt hier noch... ...und Dingen hin. Hm, da muss ich noch Kabel zersägen. Kabel, Kabel sägen. Hm... Ah, ne, ich hab noch ein Kabel, ist doch ein Kabel. Ist klar. Ähm, Mission 2. Nom, 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 nom. Nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Nomm, nom. Sag mal, hab ich hier ja nichts... Ach, doch, ich hab hier Holz. Alles klar. Sehr schön. Hallo, Creepy. Ist ja noch ein bisschen schöner. Keine Ahnung, warum hier einfach so ein Creeper ist. Aber, ähm, jetzt ist er weg. Tschüss! ähm, hast du gerade einen Eimer? ähm, habe ich dir eben einen hingeworfen müsstest du ein Inventar haben, ja habe ich mir aus Spaß so erlaubt ja, ich habe einfach eine Sache auf dir ach, ich habe sowieso noch drei Stück jetzt hast du ja vier theoretisch müsst ihr haben nee, ich hatte jetzt drei okay so, ist blau rein oder raus äh genau, raus oder? ja ja, kommt drauf an, was er meint weil bei verdammt ist jetzt weg ja, vier reichen bei, 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 bei Pipes ist blau ja rein bei Pipes ist blau rein ähm an der Maschine raus oder? wo haben wir denn eine Maschine? da da sind Maschinen ähm ne, blau ist rein blau ist rein so kann ich den auch direkt jetzt bring ich schon dieses scheiß Cover hier in die Kiste da ist es doch unglaublich unglaublich nur mit Amateuren hier am arbeiten und ja ich führe selbst Gespräche das ist gut da ist es gut ähm, hab ich noch Kohle hier? Kohle, Kohle, Kohle? Kohle, 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 Kohle wo ist der Wassereimer? da ist der Wassereimer ähm, zack na zack so das sieht doch ausgezeichnet aus ja wunderbar läuft da könnte ich eigentlich ein bisschen mit Glas noch verkleiden mhm, das mach ich auch oh ja oh so geil jetzt wird der Nutoka etipetete oh ja oh mein Gott der braucht noch Strom kann man Glas eigentlich auch zersägen das werde ich jetzt herausfinden kann man ich bin wieder ganz hungrig hungriger Hungo wir können übrigens auch ähm, hier, wie heißen sie? Lowstone äh, können wir dann auch klein schneiden das kommt richtig gut an Wänden hab ich doch schon gemacht echt? wo? ja in dem Brunnen beim Ausgang ach ja da war ja was was ist denn die Säge? oh, ich such schon wieder die Säge äh äh alter ist die Säge da nicht drin? haha jetzt lachen sich wahrscheinlich die Zuschauer schon wieder so freckt weil ich Blindfuchs diese verwurte Säge nicht finde und sie ist genau vor deinen Augen Säge Mehl ich glaub die ich glaub die ist echt nicht hier drin hab ich die vielleicht in meinem Goldenbagger Folding? nein hast du die Säge rausgeholt? nein ich hab keine Säge doch du hast mal was gesägt haha das dauert ganz schön hat ganz schön lang gedauert bis du das gemerkt hast gelb und orange ah du kleiner Penner so jetzt bin ich mal gespannt ob ich Glas schneiden kann ja cool ich kann Glas Slabs machen das ist ja nice äh ach komm ey den Scheiß brauch ich auch nicht mehr den kann ich ja jetzt für andere Dinge verwenden sehr schön obwohl ah was mach ich denn da okay du bist kaputt was na 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 alles gut na gut wo ist es denn da zack das sieht doch cool aus so dann komm hier jetzt noch autonomes Activator hin bam nein du sollst dir nicht da Items holen das macht keinen Sinn danke nein ähm nein ähm nein nein so ist Richtschraub zack zack eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei so das lass ich nochmal rechtsklick not sneaking Abkürzung disabled disabled oh 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 nicht disabled ich hab noch ne Leitung ist Kinzi steht auf der Leitung und zwar von da ab genau ja mein Inventar ist unaufgeräumt ach frag mich mal Kinzi ist dein Inventar unaufgeräumt ja sehr meins auch oh jetzt haben wir was gemeinsam wie schön ach das ist schon wieder voll deswegen geht da nix rein der Kinzi ist schon wieder voll deswegen geht da nix rein ja genau so ist es genau so ist es auf jeden alter auf jeden heißt es auf jeden ähm gut wie war das so nein so ja nein so 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 das machen wir mal nochmal Eluminium rein so und dann muss ich da oben der steht falsch Joink joink äh Technikkiste da rein damit rein damit so nicht anders ach nee ist der jetzt aus oder an also der hat schon schon mal Saft nein nein böse so keys sehr schön I have keys so bam bam ah ja bam 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 setzlinge haben sehr schön das gefällt mir so ja wunderbar jetzt brauche ich was brauche ich denn dafür brauche ich quasi eine Knies Extruder und noch einen Pulverizer hier direkt nebeneinander ich brauche Oaks saplings oder ich mache einfach da ne das ist blöd das ist doof und ich weiß nicht mehr wie man es schreibt ich weiß nicht mehr wie man es schreibt Extruder wo ist er ja ja joink zack 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 ups ein gold in die mitte und alu 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 dann brauche ich noch ein servo da brauche ich auch alu redstone glas bei alu und ein glas habe ich wieder geht das kraften los du da du da den machst du da auch und da auch sehr schön oh wir sind bei 22 Minuten äh 53 wir haben noch 5 Sekunden äh danke fürs reinhauen macht's gut danke fürs reinhauen ja reinschauen ist oh ha aber man ich wollte doch noch zumindest zum Schluss was sagen ja